Hallo, ich bin Gaby Fahrenkrog und gemeinsam mit Christies habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie der bestmögliche Standard, der Goldstandard, für Podcasts als OER aussieht. Podcasts sind mittlerweile auch in allen Bereichen der Bildung ein weit verbreitetes Format. Die Besonderheit bei Podcasts als OER ist, dass es dafür bereits eine ganze Reihe guter und frei verfügbarer Software gibt, sowohl für die Produktion als auch für die Verbreitung. Für das ideale OER sind alle Dateien in offenen Formaten verfügbar. Die Bestandteile sind zudem frei lizenziert und alles steht über Plattformen oder Webseiten zur Verfügung, die frei zugänglich sind. Am allerbesten ist es natürlich, wenn zudem die Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigt wurden. Wie das geht, Podcasts als OER zu veröffentlichen und welche Tipps und Tools es dafür gibt, das kann jetzt nachgelesen werden bei OER-Info in unserem Beitrag zum Goldstandard für Podcasts als OER. '? Vielen Dank.